Ich persönlich liebe ja Horrorfilme und wenn ich mir jetzt so eine Kategorie oder beziehungsweise wenn ich mir jetzt eine Liste machen müsste mit meinen Lieblingshorrorfilmen, wäre das Scream-Franchise auf jeden Fall sehr weit oben auf dieser Liste. Und ich denke auch einige andere Film- beziehungsweise Horrorfilm-Fans werden dieser Meinung gleich tun. Denn wir müssen einfach mal festhalten, dass das Scream-Genre an sich ewig leben wird und vor allem schon ewig besteht, mehr oder weniger. Das ist ja ein unfassbar langes Genre. Und gerade zum Release von Scream 6 habe ich mich nochmal hingesetzt und mir alle Scream-Filme schön in der Reihenfolge angeguckt. Und mir sind da so viele coole Sachen aufgefallen und vor allem ist mir eine Sache klar geworden. Und zwar, warum Scream so erfolgreich ist, war und auch wahrscheinlich immer bleiben wird. Und darum soll es im heutigen Video gehen und deswegen heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Shine. Ja, denn Scream mit seinem ikonischen Ghostface-Killer ist natürlich wie wahrscheinlich jedem bekannt, der auch nicht unbedingt in der Horrorfilm-Genre sich befindet. Und vor allem wenn wir sehen, wann der erste Scream rauskam und das halt jetzt quasi eine neue Triologie angelaufen ist, beziehungsweise auch weitere Filme geplant sind. Sie müssen mir einfach mal sagen, Scream wird wahrscheinlich ewig leben, beziehungsweise kann ewig weiterleben, weil es halt einfach Scream ist. Und das ist mehr oder weniger schon eine gute Erklärung. Ich habe mir quasi vier Hauptpunkte mal rausgesucht, woran ich quasi festmache, warum Scream so super gutes Genre ist, beziehungsweise Franchise und warum es auch in meinen Augen niemals wirklich langweilig werden kann. Und ich würde einfach mal mit Punkt 1 logischerweise anfangen und quasi auch dem größten Punkt in dieser Liste und zwar die Scream-Filme sind absolute Metafilme. Für die Leute, die natürlich jetzt nicht wissen, was Meta ist, Meta ist vor allem im Film- und Serienbereich ein Begriff, der quasi erklärt, dass der Film sehr viele Selbstreferenzen hat, beziehungsweise sehr viele Referenzen aus dem echten Leben bezieht, sich in einer gewissen Art auch selber hochnimmt, bedeutet der Film weiß, dass er ein Film ist und dementsprechend werden da Sachen eingeblendet. Nur um ein kurzes Beispiel zu nennen, in einem Stream-Film, ich weiß gar nicht genau welchen Teil, es geht um einen Horrorfilm-Killer und wir sehen einen Hausmeister, der halt angezogen ist wie Freddy Krüger. Bedeutet, in diesem Universum existieren Filme wie Nightmare on Elm Street, Halloween und so weiter. Vielleicht werde ich auch einfach kurz die Wikipedia-Erklärung eingeblendet haben, aber mehr oder weniger Meta bedeutet einfach, der Film nimmt sich in einer gewissen Hinsicht nicht so ernst und geht quasi auf reale Themen ein, die auch eigentlich in diesem Film-Universum gar keinen Hand und Fuß haben sollten. Und da ist zum Beispiel ein großer Punkt im Scream-Franchise die bekannten Horrorfilm-Regeln. Denn unsere Charaktere in jedem Film fangen sie an, über die wichtigen Horrorfilm-Regeln zu reden und nehmen darauf auch Bezug auf zum Beispiel einen Start der Filmreihe, ein Sequel oder ein Prequel, eine Triologie, ein Reboot und so weiter. Wenn ihr nicht wisst, was ich hier gerade für Wörter in den Mund genommen habe, ich habe dazu auch mal ein extra Video gemacht, um solche Begriffe mal Klarheit zu machen, auf jeden Fall gehen sie selber in den Filmen auf ihre eigenen Fortsetzungen ein. Die Regeln für den ersten Film sind nicht mehr die Regeln, die im zweiten Film, also dem Sequel, gelten. Auch Regeln in einer Triologie sind anders und die Charaktere wissen, dass sie sich mehr oder weniger in einem Horrorfilm befinden und sich an diese Regeln halten müssen. Und das Ganze zieht sich halt auch wie ein roter Faden durch alle Filme durch. Nämlich haben wir in allen drei Filmen quasi den bekannten oder den typischen Nerd, der sich mit Horrorfilmen super auskennt und dementsprechend auch immer die Regeln erklärt. Im ersten bis dritten Teil, okay im dritten Teil jetzt vielleicht nicht mehr aktiv, aber mehr oder weniger passiv, war es Randy. Dieser hat schon im ersten Teil die Regeln erklärt, wer sterben wird, wer der Killer sein wird und warum das überhaupt passiert. Im zweiten Teil ging es um das Gleiche und im dritten mit seiner Videobotschaft hat er ja auch gesagt, Wir befinden uns in der Triologie und da sind die Regeln ganz anders und was ist passiert? Es ist genau das passiert. Das heißt, der Film hält sich an seine eigengemachten Regeln. In Scream 4 haben wir dann Kirby, die quasi auch die Regeln erklärt, die quasi auch den Nerd in der Gruppe darstellt. Und in Scream 5, 6 und potenziell natürlich auch Scream 7 haben wir Chad und Mindy, die ja lustigerweise mit Randy verwandt sind. Und auch in diesem Film die Regeln erklären, hauptsächlich tatsächlich Mindy, aber die Regeln erklären und sagen hier, so und so läuft das ab. Das ist ein Prequel, das ist ein Reboot, ein Requel oder wie sie es nennen und so weiter. Und durch diese Charaktere haben wir quasi einen absolut echten Bezug zu unserer Welt, in dem die wissen, dass Horrorfilme existieren und sie dementsprechend wissen sollten, wie sie sich in dieser Situation so verhalten haben. Was natürlich nicht immer klappt, aber ein Punkt, warum man das auch immer weiter spinnen kann, weil es können immer wieder diese Regeln aufgebaut werden, die für einen speziellen Film sind, woran sich die Charaktere quasi entlanghangeln können. Das wäre ein großer Meta-Ansatz im ganzen Scream-Franchise. Sie wissen selbst, sie sind in einem Horrorfilm und verhalten sich dementsprechend auch an diesen, passen sich an diese Regeln an. Der nächste Grund, der quasi nur Meta schreit, sind die Step-Filme. Das ist ja wohl der Gag schlechthin. Wir haben Scream 1 passiert, in Scream 2 hat irgendjemand sich gedacht, komm, machen wir daraus doch mal ein Franchise, haha. Und zwar nennen wir es Step und es ist im Prinzip Step Scream, Scream ist Step. Nur, dass halt Scream nicht in Step spielt, sondern ja Step in Scream. Unser Scream, ihr Step. Und auch hier haben sie so viele Selbstreferenzen eingebracht. Allein schon in Scream 5 wird sich ja, ich glaube, es wird sich über Step 8 oder Step 9 unfassbar beschwert. Es wird ja gesagt hier, wieso haben sie den so genannt? Warum ist das so und so? Allein die Tatsache, dass Scream 5, ja, Scream heißt, Scream 2022 und sie in diesem Film mehr oder weniger sagen, warum haben sie nicht einfach Step 9 genannt oder Step 8, wie gesagt, ich weiß nicht, ist schon vorher haben die Macher des Films quasi gewusst, wie sich manche Zuschauer darüber aufregen werden, dass dieser Film nicht Scream 5 heißt, sondern Scream. Genauso die Tatsache, dass sich im Scream-Universum die ganzen Step-Fans über den letzten Teil aufregen. Wäre in diesem Fall Scream 4 und Scream 4 ist nun mal der schlechteste Teil der Reihe, ist am wenigsten gut angekommen und genau das fassen sie auf und machen es quasi lächerlich oder ziehen es ins Lächerliche, indem sie es über Step machen. Und dem Ganzen wird hier mit Punkt 3 an Meta die Krone aufgesetzt im besagten Scream 4. Denn hier ist allein die Anfangssequenz das dümmste und genialste, was ich je gesehen habe. Wir sehen diesen typischen Scream-Anfang bzw. den typischen Step-Anfang, in dem da eine Person oder zwei Personen stehen, sitzen, liegen, was weiß ich, kriegen einen Anruf vom potenziellen Mörder, werden umgebracht und es stellt sich irgendwas Faszinierendes heraus. Schnitt aus dem Fernseher raus, oh Moment mal, wir haben hier gerade Step 7 gesehen. Hä? Okay, zwei neue Personen, gleiches Szenario hier, warum wird das gemacht? Und es stellt sich heraus, oh nein, meine Freundin, die neben mir sitzt, ist der Killer und hat mich jetzt umgebracht. Oh nein, Plottwist, krasser Anfang. Moment mal, wieder aus dem Fernseher raus. Wir sind in wieder einem Step-Film, in dem Fall vielleicht sogar Step 8, weiß gerade nicht mehr genau, wie die Reihenfolge war. Und es sitzen erneut zwei neue Leute da, die sich quasi einen Film in einem Film in einem Film angeguckt haben. Und wir sind die letzte Instanz und wir sind quasi die vierte Wand und gucken uns einen Film an, in dem sich Menschen einen Film angeguckt haben, die sich einen Film angeguckt haben, die sich einen Film angeguckt haben. Ich glaube, ich muss da nicht mehr zu sagen, wie krass genial Meta das... Was, das ist ein... Ich muss da nicht zu sagen, oder? Ja, und mit diesem Punkt hätten wir den großen Punkt Meta in der Scream-Welt einfach mal abgeschlossen, was einfach ein Grund ist für mich, dass diese Filmreihe, dieses Film-Franchise niemals ausstemmen wird. Es ist einfach unfassbar geil und kann einfach immer wieder neu aufgespielt werden. Und es würde die meisten Scream-Fans einfach nicht nerven, sondern eher unterhalten und sagen, ach ja, Mensch hier, natürlich, ja, Step 7 war der schlechteste, genau wie Scream 7, ha ha ha. Kommen wir nun zu einem anderen Punkt, der Scream super, fast schon einzigartig macht und deswegen so genial. Und zwar die ewige Frage in jedem Scream-Teil, wer ist der Killer? Beziehungsweise, es gibt ja sogar tatsächlich einen Fachbegriff für. Und zwar ist Scream einfach ein Whodunit-Franchise, beziehungsweise ein Whodunit-Film. Um diesen Begriff einfach mal kurz zu erklären, Whodunits sind im Prinzip einfach Filme, Serien, von mir aus auch Bücher oder Hörspiele, wo im Prinzip den ganzen Film über versucht wird herauszufinden, wer etwas gemacht hat. Ob es jetzt ein Mord ist, ob es ein Diebstahl ist. Und den ganzen Film über wird uns immer wieder gezeigt, hier, der könnte es sein, ah, ist es aber doch nicht, weil, doch, vielleicht ist es der. Und der ist es auf jeden Fall und dann, nee, Plottwist, doch nicht. So hat der Zuschauer einfach immer was zum Miträtseln. Und das ist halt auch so einzigartig bei Scream, weil in den meisten Fällen, bis jetzt natürlich, es halt immer ein anderer Killer war. Immer ein anderer Killer und vor allem auch immer ein anderes Motiv, beziehungsweise jetzt mittlerweile nicht mehr. Denn durch Scream 2 und Scream 6 ist nämlich das erste Mal ein Motiv gekommen, was sich wiederholt hat. Und zwar Rache. Wo man auch sagen muss, das ist einfach schlicht und ergreifend das einzigst logische Motiv in den ganzen Scream-Filmen. Ob wir in Scream 5 einfach Leute haben, die einfach eine gute Fortsetzung haben wollen, was totaler Schwachsinn ist, aber auch super lustig, weil es halt Scream ist. Wo wir in Scream 4 jemand haben, dessen Liebe einfach nicht erwidert wird, beziehungsweise die andere Person, die einfach nur Fame haben will. Oder in Scream 3 einfach ein kompletter Plottwist, wo sich einfach herausstellt, dass es der verlorene Sohn ist, der einfach alles geplant hat. Und im Prinzip einfach nur zeigen will, dass mit ihm niemand machen kann, was mit ihm gemacht wurde. Es ist irgendwie komisch. Aber die Motive der Killer sind immer unterschiedlich. Es sind immer komplett unterschiedliche Killer. Das macht das Ganze so super genial, weil wirklich, und das ist ja wirklich der Fall und das ist ja damit, wo sie mit in Scream 6 beworben haben. Es kann jeder sein und das immer. Und es wird halt, wie gesagt, den ganzen Film mitgefiebert und am Ende, in den meisten Fällen, wird man halt überrascht, weil man denkt, oh mein Gott, es ist doch der gewesen. Und Surprise, es ist halt dann doch nicht der, sondern jemand anderes. Und man ist dann doch mal doppelt überrascht. Natürlich wird es jetzt ein paar Genies geben, mein Vater tatsächlich mit eingeschlossen, der sich diese Filme anguckt und Mitte des Films dir hundertprozentig sagen kann, ja, das ist der Killer und sie ist auch der Killer. Und es ist oft langweilig, mit solchen Menschen das zu gucken, vor allem, wenn sie es dir dann sagen und du es nicht weißt und du dir denkst, jo, jetzt macht mir auch einiges, ne, es hat mir die Augen geöffnet in mancher Hinsicht. Aber im Normalfall ist beim ersten Mal schauen des Films nie wirklich hundertprozentig klar, wer der Killer ist, was Scream halt auch einfach jedes Mal aufs Neue so interessant macht, weil man immer wieder neu rätseln kann. Ich meine, ich habe auch ein Video dazu gemacht, was meine Theorie ist, wer in Scream 6 der neue Killer ist. Die Theorie hat sich erwiesenermaßen komplett in Luft aufgelöst und es ist was komplett anderes rausgekommen, was und da kann mir niemand was vormachen. Damit hat keiner gerechnet, bis er den Film gesehen hat, also dass da die Killer herauskommen, nö, damit habe ich nicht gerechnet. Aber da wir ja uns nun wieder in einer Triologie befinden, kann man auch sagen, okay, in Scream 7 könnte man schon wieder Theorien aufstellen, wer da jetzt als Killer alles in Frage kommt. Und das ist natürlich auch schon im ganzen Internet der Fall. Und ich bin mir sicher, ich werde dazu auch noch ein Video machen, weil ich habe da meine Theorien, ob sie der Wahrheit entsprechen oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Da wir nun den Whodunit-Punkt abgeklärt haben und wir sagen können, es ist einfach immer ein anderer Killer, es ist nicht wie bei Michael Myers oder bei Jason Voorhees oder bei Freddy Krüger, es sind nicht immer die gleichen. Es sind immer andere Leute und dementsprechend ist halt dieses, es kann jeder sein Gefühl einfach da und das ist halt echt was Besonderes. Aber wenn wir nun allgemein weiterhin auf die Killer gucken, hat Scream noch was Besonderes und zwar das Zwei-Killer-System und das hat man in den wenigsten bis hin zu gar keinen Film, soweit ich das weiß. Natürlich gibt es irgendwelche Abklatsche davon, aber in Scream kam es so, würde ich sagen, das erste Mal wirklich effektiv vor. Und holy shit, wie genial dieses Zwei-Killer-System doch ist oder wie viel Sinn es macht, wenn man sich die Filme neu anguckt. Beim ersten Mal gucken denkt man ja, vor allem, ich nehme jetzt mal Scream 1 als Beispiel. Beim ersten Mal gucken von Scream 1 dachte ich, okay krass, es ist ein Killer, der ist ultra stark, der ist ultra klug, der ist ultra krass und mega schnell und hat alles geplant, bis ins kleinste Detail. Stellt sich natürlich raus, es sind zwei Killer, Surprise. Und dann beim zweiten Mal gucken fällt einem erstmal auf, okay, natürlich ist der Ghostface da so schnell bei dem Typen und ist trotzdem mit ihr am Telefonieren, weil es sind ja zwei Leute. Und das ist mir aufgefallen in jedem einzelnen Film, in dem natürlich zwei Ghostface da waren, in Scream 3 war es ja nicht der Fall. Aber es ist unfassbar genial gemacht, beziehungsweise es fällt halt nachher erst auf, wie manche Sachen logisch erklärt werden können. Ob es sowas ist wie, ein Ghostface wird irgendwo runtergeschubst und auf einmal steht er hinter jemandem, was ja gar keinen Sinn macht. Aber Moment mal, wir haben ja zwei Ghostface. Und das macht Ghostface halt auch so unfassbar gefährlich irgendwie, weil man weiß, es ist meistens zwei Killer, beziehungsweise es sind meistens zwei Ghostface da. Vielleicht sogar mehr. Und du weißt halt nie, ich bin jetzt mit dem am Telefonieren. Das heißt aber ja gar nichts. Mit dem, dem ich am Telefonieren bin, der kann irgendwo anders sein. Und von der linken Straßenseite kommt halt jetzt sein Komplize und überrascht mich, weil das halt Ghostface ist mit zwei Killern. Fast immer. Und dadurch wird das System ja nochmal interessanter herauszufinden, wer sind denn die zwei Killer. Einen Killer hat man vielleicht am Anfang oder in der Mitte von einem Film relativ fix rausgefunden. Aber den zweiten Killer, dieser ist in den meisten Fällen immer überraschend. Ich denke, wir sind uns alle fast einig, dass Billy Loomis ein fucking Psycho war, auch in der Zeit, wo man denken sollte, okay, er ist unschuldig. Aber Stu war nie so der, wo man sagt, jo, er muss es sein. Natürlich hat man es hier und da erkannt. Auch im Nachhinein sind manche Sachen, die Stu sagt oder macht, sehr, sehr markant dafür, dass man erkennen kann, okay, Stu ist einer der Killer. Aber im Hauptaugenmerk hat man immer Billy gehabt und Stu war so ein No fucking way. Auch in Scream 5 finde ich persönlich, Amber hat man relativ schnell in die Killer-Kategorie einsortiert. Aber wie auch immer der Freund nochmal hieß, ich weiß es gerade nicht mehr, finde ich, war von für mich so, oh mein Gott, es ist wirklich, es ist wirklich wieder mal der Freund oder zumindest, wie es immer gesagt wird, the love interest. Das war so, holy shit, okay, Amber, ja, ja, hier und da macht schon Sinn, aber er, how the fuck ist das passiert? Und das macht halt Scream auch wieder super genial, da es einfach immer zwei Möglichkeiten gibt und man sich im Prinzip nie in Sicherheit fühlen kann. Man weiß, okay, ich habe jetzt vielleicht einen, aber der andere könnte hinter der Tür stehen und mich gnadenlos niederstechen. Das Zwei-Killer-System von Scream, genial. Und kommen wir nun zum letzten Punkt und auch, finde ich, den genialsten Punkt und zwar ist es Ghostface. Also Ghostface halt so an sich, jetzt mal alle Killer als ein Ghostface. Wie cool ist Ghostface? Die Maske, das Outfit, super simpel, das Messer, super simpel, der Messer-Abstreich-Move, super simpel und übel genial. Bis hin zu seiner manchmal unfassbar schnellen, präzisen und fast schon ausgebildeten Präzision beim Verfolgen von jemandem. Bis hin zu, okay, er stolpert über den Gartenstuhl oder stolpert die Treppe hoch und man merkt, okay, da ist halt irgendein normaler Mensch drin. In manchen Fällen ist es aber auch einfach, holy shit, wie hat er sich gerade die Steroide reingepumpt? Vor allem finde ich in Scream 6 die Szene mit Gale, wie Ghostface da über das Sofa yeetet. Holy shit, man denkt sich, alter, was ist das denn für ein Athlet dahinter? Aber wie gesagt, manchmal halt einfach der Tollpatsch, der einfach gerade über den Stuhl gestolpert ist. Und man muss auch sagen, Ghostface ist an sich einfach ein fucking, fucking ikonischer Horrorfilm-Charakter. Ich denke, jedem, der nichts mit Horrorfilmen zu tun hat und man sagt Ghostface oder Scream, diese Person wird wissen, wovon man redet. Halloween Michael Myers ist natürlich das gleiche, die ikonische Maske, man kennt's. Aber Ghostface hat nochmal irgendwas ganz Besonderes an sich und wie gesagt, vor allem die Punkte, die dann danach raufkommen. Man weiß nie, wer es hundertprozentig ist und vor allem, es sind meistens zwei. Ist halt, Ghostface ist ein krass guter Horrorcharakter und vor allem halt auch, wie gesagt, diese Badass-Ghostface-Szene und auch manchmal diese Sloppy, also einfach stolpernde Ghostface. Ist einfach super geil und macht für mich tatsächlich dieses Franchise zu einem Franchise, was gerne, vor allem wirklich gerne, ewig weiterleben kann. Ich habe damit kein Problem, dass da weitere Fortsetzungen kommen könnten. Die können von mir aus auch mal schlechter sein und dann mal wieder gut, weil sie sich sowieso selber hopsen nehmen werden am Ende des Tages. Und das ist einfach super genial und ich feiere es enorm. So, und im Prinzip ist das auch jetzt das Ende vom Video, denn ich habe mein Herz über Ghostface, über Scream ausgeschüttet. Ich muss sagen, Ghostface, einer meiner Lieblings-Horrorfilm-Charaktere bzw. Bösewichte und Killer und Scream auch wirklich eines meiner Lieblings-Horror-Franchises, weil es einfach, ich finde es einfach genial. Und jetzt seid ihr natürlich wieder gefragt, wie findet ihr Scream und wie findet ihr auch Ghostface? Seid ihr überhaupt Horrorfilm-Fans? Und wenn nicht, kennt ihr vielleicht trotzdem Scream? Denn man muss halt einfach sagen, es ist einfach sehr ikonisch und ja, mehr oder weniger war das hier schon fast ein Liebesgeständnis an die Scream-Filme. Aber ich hatte es auch einfach das Bedürfnis, mal auszuschütten, warum Scream so genial ist und halt auch die Rechtfertigung hat, ewig weiterzugehen, weil es halt immer wieder jemanden hopsen nehmen kann, ein anderes Horrorfilm-Genre von mir aus. Es ist einfach super genial. Ich habe auch noch ein 2-3 Videos in der Rückhand, die ich über Scream bzw. Ghostface als Person, sage ich mal selber, machen will und machen werde. Wann die genau rauskommen, kann ich noch nicht sagen. Natürlich, das wird sich immer wieder wie immer spontan entscheiden. Aber ja, dieses Video hatte ich auf dem Herzen und wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Scream-Franchise so findet. Ich freue mich natürlich, eure Kommentare dazu zu lesen. Und ansonsten könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ist denn euer Lieblings-Horror-Franchise? Was sind euer Lieblings-Horror-Filme, ikonischen Menschen, Bösewicht, Gegner, Killer? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch solche Videos über Filme, Serien, Theorien, Trailer-Reactions, Analysen, Fun-Facts und sonstiges interessieren, checkt doch gerne mal den Kanal aus, hier gibt es alles mögliche, querbeet, sehr viel The Walking Dead momentan, deswegen könnt ihr auch gerne da dranbleiben. Und lasst doch gerne ein Abo da, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt möchte ich nicht noch länger um den heißen Brei rumreden und das Video länger machen, als es sowieso schon ist. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wieder, aber bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao!